Eine Gabel Gottes. Schaut mal diesen wunderschönen Lachs an. Blitzrezept mit gebratenem Lachs, Limette und Büffelmozzarella. So hat ein Lachs auszusehen. In die Pfanne, mittlere Temperatur, mein Avocadogewürz dazu. Das schmeckt saumäßig gut, ihr müsst es mal probieren. Schön anbraten, ein Stück Kräuterbutter dazu. Frisch abgeriebene Limettenschale noch mit dazugeben. Die Limette quetschen, der Länge nach halbieren. Eine Achtung, 3, 2, 1. Viel Limettensaft rüber, viel. Eine ganze Limette. Super genial. Weg vom Feuer. Einen schönen Mozzarella. So, den sie schon aufmachen. Gutes Olivenöl dazu. Balsamico-Sirup und obendrauf die Lachswürfel. Vielleicht ein bisschen Basilikum aus dem Garten oder so ein bisschen Blattpetersilie. Das sind Blitzrezepte. Schnell, unkompliziert. Allerhänse. Guten Appetit.